Dann können wir es auch leulen, hätte ich gesagt gehabt. Ich wollte gerade sagen, der Große, oder? Es wird aber sein, dass der rumm kommt. Können wir es ein bisschen richtig in die Meier machen? So, die geht, wo kommst du nicht vorbei? Wo kommst du nicht her? Okay. Das ist ja eine Falle gewesen, war ja noch 30er, oder? Jetzt kann ich erst nicht wieder zurückkatschen, oder was? Das hat es nicht. Taut mir nicht. Taut mir definitiv nicht. Okay, ne, da war ich voll. Ja, fix. Ja, muss ich wenigstens immer die Großen Meier machen, immerhin. Ich habe es so gewusst. Ich habe es so gewusst. Ich habe ihn schon gerochen. Ich habe es schon gerochen, Digga. Da passt was nicht. Ich habe es mir schon so der, was er gedacht. Ich wollte nur kurz auf die Decken schauen. In die Decken hinein, Robert. Immer in die Decken hinein. Ich wollte nur mal sicher gehen. Sicher, sicher. Weil nicht, dass ich da... Ich gehe einmal kurz spazieren. Sicher, sicher. Die gehen auch warten. Die gehen auch noch ein bisschen warten. Sicher, safe. Ich gehe wieder ins Wasser, Robert. Ich gehe wieder ins Wasser, Robert. Ah, ja, bist du den Arsch, Robert. Ja, du bist ganz, ganz schnell in den Arsch. So sieht es aus. Im Schneckenhaus. Weißt du, was mich ehrlich gesagt sogar wundert? Das kann ja der Herd heute. Ich hätte mal safe dachten. Da wird sicher auch mal einer von denen der Herd fallen. Oder irgend das aber vorkommen. Aber... Ich habe es leider schon wieder gesehen gehabt. Wieder ein großer. Leider. Leider, leider, leider. Dafür haben wir wenigstens einen großen Bereich, wo er uns leider morsch gekauft hat. Na ja. Voll was. Am Arsch gehen tut er uns trotzdem nicht. Ja. Braucht trotzdem mal irgendwie noch so eine Schwachstelle für ihr. Weißt du, was ich meine? Damit ich weiß, wie ich mit ihr am besten zu kämpfen habe. Sicher, sicher. Lieber nein. Bisschen, sicher. Lieber ein bisschen mit Geduld, bevor ich wieder dezent in den Arsch daheim bin. Ha 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 ha. Besser lieber mit ein bisschen Geduld. Bisschen, jedenfalls zumindest. Ich bin da jetzt schon wieder für ein großer Versteck. Oh ja. 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 O allgehen, boah. cuál mir nicht. Ja äh. Gehn Arsch, Havare. Gehn Arsch. Also, was bist du jetzt schon wieder für ein Waffler? Oh, der Havare schon wieder. Oh weh, oh weh, oh weh. So, aber, ho�. Aber schön! Der ist jetzt schön, meine Frau! Das hat mich jetzt wieder nicht gestört! Der hat mich jetzt echt nicht gestört! Der ist schön neu erkangen, das, das, das! Da bist du! Ja, ich hab ja gesagt, du hat er lebt! Das war eh klar, dass der wieder abgestört, der Lustige! Das war eh klar, oder? Oh! Oh! Was ist mit dir, Schuhrle? Das ist der Haverer! Die muss man heim dran! Weil, bist du da deppert? Oder? Bin ich froh, dass da nicht noch so welche Haverer da gerade sind? Na, Gott sei Dank! Erster Schiss! So sieht's aus! Perfekt! Habe ich wenigstens meine Ruhe! Also, dass mich halt einfach nur so wundert ist, wir hatten vorher die eine Mission, wo sie ein bisschen dieses Upgrade gekriegt haben mit den Elementen, und jetzt haben sie es einfach wieder rausgeholt! Schade irgendwie! Kommt wahrscheinlich aber im nächsten Gebiet! Vielleicht mal so ein kleiner Anteaserer! Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack! Das sie dich dann so richtig durchnehmen! Und das Ganze! Safe! 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 Die werden alle hier noch ein paar Brits kriegen! Ich glaub, dass die bis zum Schluss nicht so bleiben werden! Die werden alle noch ein bisschen extremer werden! Oder vielleicht neue Fähigkeiten kriegen! Oder irgendeine Kleinigkeit! Irgendeine Kleinigkeit! Wenn die Safe kriegen! Oder dass man Sackler quasi im nächsten Game dann! So, den Haverer müssen wir auch noch anzünden! Da sind wir eh auch reichlich spazieren gegangen! Muss noch herausfinden, wie ich da rumkommen! Das würde mich noch interessieren! Weil da unten sind wir reingekommen! Das würde mich interessieren! Warte kurz! Immer wieder auf die Decken raufschauen! Weil da sind ein paar Einunddreißiger dabei! Mich hätte sowieso interessiert! Danke! Hat sie mir wieder erledigt! Super! Vorher war das zwar noch ein Weg! Jetzt anscheinend nicht mehr! Echt große Klasse! Wirklich echt gutes Level-Design! Echt super Level-Design! Oh, und der ranzige Große muss ich auch wieder vernichten! Oh, das wird nichts! Ja, Moin Digi! Ja, sehr schön! Ja, wir machen eh eine längere! Wir machen heute eh eine längere Neo-Session! Also, keinen Stress! Komm mal gut heim! Mach da irgendwas Gutes! Also, auf ganz, ganz entspannt! Ja, auf ganz, ganz entspannt! So, nur, bin ich natürlich gern mal wieder hops gegangen! Eh klar, typisch! Aber gar! Nicht schon wieder! Es sind viele Punkte! Es sind sehr, sehr viele Punkte! Dann müssen wir eigentlich schon wieder meine Punkte verlieren! Nicht unbedingt! Aufpassen! Ja! Das war mir irgendwie klar! Aber gut! Gelöst! Gut gemacht! Ja! Ja! Ich wollte schon sagen! Wenigstens seine Ausgabe ist auch broken! Ja! Nur meine! Super! Da! Und schmiss! Weg mit ihm! Ouuu! Ja! Okay! Ja! Wie lange bist du gestanden? Weil bei mir war das einmal so! Weil bei mir war das einmal so! Also damals habe ich auch woanders gewohnt gehabt! Nicht in Wien, sondern in Stockerau! Und dementsprechend war das bei uns so! Alter! Einmal! Hat sich einer vor dem Zug hingekaut! Man hat zwar nichts gesehen gehabt! Alles drum und dran! Aber einer hat sich mit der Fuhr hingekaut! Oder wir haben gewartet! Ich glaube der Zug! Es gab keine Abweichungen oder sonst wo der Zug halt einfach vorbeifahren hätte können! Oder so! Bei der Station gar nichts! Wir sind glaube ich eineinhalb Stunden gestanden! Bis durch! Oder zwei Stunden sind wir sogar gestanden! Und ich habe mir gedacht, was ist da los! Ich glaube ich war erst um neun statt um sechs in der Arbeit! Ich habe mir gedacht! Wahnsinn! Boah! Gott sei Dank nur 25 Minuten! Ja natürlich ist es scheiße, dass jemand gestorben ist! Oder vielleicht wenn jemand auf die Gleise fällt und alles drum und dran! Überhaupt kein Thema! Weißt du was ich meine? Sicher ist alles scheiße in der Hinsicht! Nur ich denke mir so irgendwie so! Da musste ich mein Leben auch noch ficken! Haha! Ah! Ja du scheiß Hurensohn! Lutsch meine Ehe, Alter! Lutsch meine Ehe, Alter! Fick dich, Alter! Es war eh klar! Ich hab schon den... Ich hab schon gehochen, dass ich mein... Okay! Ich hab schon wieder mit... Ich hab das schon... Ich hab das schon... Ich hab das schon gehochen im Urin! Ich hab das schon gehochen! Es war so klar! Es war so klar! Däger! Fuck! Haha! Scheiße! Haha! Ist das ein Witz oder ist das echt ein Witz? So... No, 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 no! Fick mich mal und dann hab er! Ja! Aber sowas von... Wie schauen wir aus? Auszeichen... Wuuuuh... Leben! Ja! 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 Elementarschaden oder Glück! Nehmen wir mal wieder Glück! Hätte ich gesagt gehabt! Ja, fix! Das ist jetzt eine Nebenmission! Die Hauptmission hab ich schon in der Hinsicht... In der Mission abgeschlossen! Boah, das war ja ein Arschloch! Pistoteppert! Das war... Das war ein richtiges Hurenkind, Alter! Der Gegner! Pistoteppert! Am Anfang hab ich mich... Hab ich mich total anbrunzt! Ich hab mir gedacht gehabt! So, was ist mit dir? Woher da? Komm ich rein! Laser, bin hier! Denk mir so! Bin wirklich so... Da gestern! Ich hab mir gedacht gehabt! So, wieso? Ideenhaber haben dran! Hahaha! Aber ja! Danke nochmal für den Tipp! Feuer war... Einfach Liebe! Gerade wenn ihr die Fresse aufgemacht hat! War das richtig, richtig stark! Der hellenhafte wilde Stier! Das werde ich mir auch wieder sperren! Aber gut, dass ich mir das jetzt einmal ausrüsten werde! Ah! Da werde ich sowas auch machen! Ist aber das viel viel besser! Ja fix! Scheiß ein bisschen auf mehr Geld! Auf geschissen! Ja! Der kann echt ranzig sein! Allein schon, wenn du aber auch noch ein paar Gegner hast! Die was dich dann auch noch so nebenbei auch noch am Arsch gehen! Die kleinen Wichser! Boah! Die waren zack! Die kleinen Wichser! Immer wieder so nebenbei! Die waren richtig, richtig mühselig sogar! Muss ich schon fast sagen! Die waren richtig mühsam! Ich muss so ein bisschen durchschauen! Ja! Dann hätte ich gesagt! Dann nehmen wir mal wieder was Neues! Ja! Probieren wir es so aus! Hätte ich gesagt! Meine Standardwaffe will ich eh nicht weggeben! Aber weißt du! Mal wieder was ausprobieren! Ja! Das ist ja kein Thema! Digi! Muss ja auch ein bisschen selbst ein bisschen was herausfinden! Ja! Genau! Seine Hydro-Pumpe! Hahaha! Du sagst es! Seine scheiß verfickte Hydro-Pumpe, Alter! Geil! Ah! Okay! Ja! Ich habe das gar nicht gemacht! Ich habe das gar nicht gemacht! Das war ein großer Fehler von mir! Das war definitiv ein großer Fehler! Das hätte ich... Das hätte ich schon davor machen sollen! Ähm! Bei mir war das halt so! Ich habe ein Tag gehabt! Weil bei gewissen Missionen kannst du ja eigentlich ja quasi auch wieder zurückgehen! Weißt du was ich meine? Äh! Nach dem Boss! Habe ich mir ein Tag gehabt! Okay! Schauen wir mal kurz den Boss an! Schauen wir das mal an! Und dann schaue ich mir erst die ganzen anderen Sachen an! Nee! Die Tür kannst du ja dann auch nicht einmal mehr öffnen! Ja! Und dann kommt sie auf entspannt! Ja! Ich gönne mir mal ein bisschen! Nein! 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 Ich bin mit seinem depperten Schwert, Alter! Das ist noch einer! Ja! Da kommt der eh klar! Achso! Achso! Damit schwäche ich ihn! Also das war nicht so ein Wichser! Er mit seiner Hydro-Pumpe, der macht einen Schlag. Ich war weg. Ich war weg, Digi. Aber ich habe ihn trotzdem mal gemacht. Ja, gut zu wissen. Habe ich ihn halt quasi in einer stärkeren Version noch mal gemacht. Na super, sehr gut. Habe aber gar nicht so oft gebraucht für meine Verhältnisse. Für meine Verhältnisse nur eins. Achso, nein, nein, zwei Mal. Ich bin gelaufen, Alter. Zehn Mal. Zehn Mal ungefähr. Im Prinzip. Ungefähr zehn Mal habe ich gebraucht. War okay, war cool. Hat mir Takt gegen ihn. War ein interessanter, kreativer Gegner, muss ich sagen. Ah, das ist der Astro. Der macht ja auch wieder so einen Scheißdreck wie der hinterher, oder was? Nein, ich will aber trotzdem meine Standard-Waffe-Liga benutzen. Ja, ist mir viel, viel lieber. Ist mir viel, viel lieber. Ja, jetzt machen wir den in Ramara und schießt ein paar. Ja, Alter. Diese extra Gegner, Dillka. Alter, die sind mir so dermaßen am Arsch gewesen. Oh mein Gott. Drei Stück auch noch von ihnen. Wow. Wow. Waren die hässlich. Pistot teppert. Die waren eine richtig hässliche Gegner, Alter. Drei Stück. Ich weiß nicht, wie der gehört, dass er mich trifft. Das sind Spinnys ja nicht. Einmal muss er mich getroffen haben. Sonst wäre es ja wieder zu schön. Wäre es ja wieder zu schön. Ich heib mich, was ich jetzt auch da. Wie ist es, Churli? Schaut noch teppert. Schaut noch teppert drei wieder. Komm her, Schurli. Komm her, da. Ja, ja, ja. Das ist schon komplett paralysiert, das Ganze. Er ist schon richtig am Arsch, der Hund. Der Typ ist ja richtig am Arsch. Richtig geil. Leider, ich muss doch immer sparen. Ich muss nur viel sparen, damit meine Waffe endlich mal wieder verbessert wird. Schade, echt, echt schade. Aber na gut. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich wieder gegen den Scheiß-Wichser kämpfen muss? Und nur noch stärker? Oder kommt da jetzt ein anderer Gegner? Geschleicht. Ich kann nicht einmal zum anderen. Voll, oder? Oder wie ist das? Da kann ich gar nicht ummeh, oder wie? Okay, andere. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich schon wieder dezent in den Osten. Ah, da rüber komme ich nicht. Ich glaube nicht. Obwohl, da ist ein Gegner. Ah, wieder so ein Meeresession-Ding, oder was? Ah, das finde ich aber gut. Das taugt mir. Okay, den Hoverer kann ich mal in Nightmare machen. Super. Oh ja, da am Sack. Eine schwere Geburt. Alter. Alter, bist du... Ich habe mir eh doch gehabt. Du bist zwar ein bisschen scharsaugert, aber so deppert hätte ich mir mir jetzt selbst nicht mehr erwartet. Aber gut, passt schon. Okay, werde ich nicht mögen. Aber das werden wir dann eh am Ende des Tages dann sehen. Am besten... Ich lasse mich da ein bisschen auch in der Hinsicht überraschen. Danke. Scheiße, 31er. Richtiger. Oh, wie die Dinger da. Wot, 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 wot. Hey, Puhle. So fast. Jetzt hauen wir es. Jetzt hauen wir es da, Diggi. Oh, extra Schade. He, 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 he. Der ist schön oberch, der Habra. Der ist schön oberch. Der kann schon schätzen gehen, der Bub. Aber kommen dann wieder... Boah, ich will... Na, ich will es gar nicht wissen, Diggi. Ich lasse mich lieber überraschen. Ich lasse mich lieber überraschen. Ich will es am besten gar nicht wissen, was dafür ergehen. Aber ich kann mir da schon mal jemanden erwarten, der was eine sehr, sehr lange Zunge am Start hat. Eine sehr, sehr lange Zunge. Ah, du bist ja... Geh, 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 geh. Komm, Alter. Du bist ja wirklich ein Arschloch. Du bist ja wirklich ein Arschloch. Ich glaube, ich bin so däppert. Zwar, ich bin wirklich däppert. Wirklich däppert, däppert, däppert. Aber so däppert hätte ich mich jetzt nicht erwartet. Nein. Schick. Meier gemacht. Ich habe es mir schon gedacht. Ich habe es mir schon gedacht, dass da irgendwas in die Richtung noch wieder kommt. Let's go. Aber wenigstens alle drei. Immerhin. Sehr gut. Wer weiß, vielleicht hätte ich die sogar machen müssen, damit alle so aufgemacht wird. Aber... Oh, ich sie... Oh. Schade. Ah, da waren wir vielleicht sogar schon. Das kann auch sein. Na gut. Wir haben wieder 56.000. Ja, wollte ich gerade sagen. Da überlege ich es mir gerade zweimal. Ich bin nicht doch vielleicht wieder was in Geschicklichkeit investiert. Nehmeh mir lieber. Nehmeh mir lieber. Nehmeh mir lieber. Ist sicherer. Ist besser. Was hast du denn sonst noch so schönes? Vielleicht... Ah, perfekt. Sehr gut. Geh'n die, geh'n die, digi. Geh'n die. Sonst haben wir da irgendwie was Gescheites. Keine Locke oder irgendwas, gar nichts, gell. Ja, dann passt. Dann lasse ich das mal lieber mal so stehen. Wie schaut's aus mit dem Schreien? Stufeaufstieg. Geht's ja wieder. Das ist ein Haver raus. Aber ja. Ich muss für die eine Nebenquest leider Geschicklichkeit nehmen. Ich wär' normalerweise jetzt auf Magie gegangen, aber drauf geschissen in der Hinsicht. Opfer wollen wir nicht darbringen. Dann tue ich lieber die Socken verkaufen. Ist mir lieber, weil wir brauchen aktuelles Geld. Oh. Ja, tue ich aber trotzdem lieber sperren. Sicher, sicher. Angriff. Wenn ich mir das ausschaue, mir das eigentlich vielleicht sogar fast lieber. Aber ach, das war's. Ist dann auch wieder ein bisserl warsch. Muss ich auch vielleicht... Na, warte ich lieber, warte ich lieber. Wollte schon sagen, vielleicht aufrüsten oder irgendwas, aber nee. Besser nicht. Also wenn du noch ein bisschen trainierst, dann kriegst du dir da noch so ein Level ab. Gell? Woher nix gesagt haben. Na. Schau mal den Bosskampagne. Was ist, Avera? Spielen wir sie eh miteinander, oder wie? Ja, du Schuhele. Na komm, Alter, komm. Du motiviert. Ich bin motiviert, Avera. Komm, ja. Ich spiel mich wieder zu sehr. Das weiß ich jetzt schon wieder. Ich spiel mich wieder zu sehr und dann kriege ich wieder einen in die Pappen. Ja, ich sag's dir. Ich kriege wieder einen in die Pappen, Alter. Okay. Interessante Technik. Interessante Technik, die gibt. Nein, bleib mal bei meiner Waffe. Du, Avera. Du hast ein bisschen Timeout. Du schleicht nicht da. Ich muss da rein. Geh, 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 geh weg. Geh weg. Du musst nicht schon wieder gehen im Kämpfen. Nicht schon wieder. Aber die Hütten wird schon wieder zugemacht, oder? Hoffen wir jetzt wenigstens. So, da haben wir mal einen Hauber. Passt. Ja, komm, spiel dich, Lustiger. Jetzt sind wir nicht immer so motiviert, oder was? Geschleicht. Ja, denke ich mal. Jetzt, Alter. Aha. Aha. Ah, das sind so diese Double. Aha. Die Double-Premotations. Sehr gut. Dann muss ich das aber leider ausziehen. So, das ist ein Kerzes. Farbermäßig. So, wer kommt? Wer will? Wer hat noch nichts? Stopp, Bruder. Richtig motiviert jetzt. Da, komm her. Kleine Ex. Ich will das noch weiter machen. Wie gut. Ich will noch ein bisschen kämpfen müssen. Ah, geht sie noch stellenweise aus? Geht sie noch ums Arschlecken aus? Passt. Gibt es da noch einen Gegner? Nein, schön gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Sicher, sicher aufpassen. Aufpassen, aber... Eins, zwei... Das schläge ich auch nicht hin. Im Schuss. Ausdauer ist jetzt wichtig. Ausdauer ist jetzt ein bisschen wichtiger. Gerade bei ihm. Wenn der wieder mit seinen... mit seinen Haverer da hinschlägt. Oder ist da ja nicht. Ja, ja, ja. In's auch, Bruder. Ja, das habe ich mir doch gehabt. Das ist wieder nichts. Widerstens einmal auf die Pappen kriege ich fix von ihm. Das ist eh typisch. Das ist eh typisch. Das ist eh nicht. Das ist eh, was lustiger. Die kenne ich noch gar nicht. Die kenne ich noch gar nicht, Haverer. Aber es ist eh, die kenne zu lernen. Okay, okay. Erstmal heiliges Wasser. Okay. Ich bin nicht gescheitert, was bin ich nicht. Ja. Danke. Also, er schießt, er schießt, er schießt relativ gern. Alles klar. Ich bin ja jetzt gerade ein bisschen vorsichtig. Okay. Blitz ist gut. Blitz ist gut, Haverer. Gib ihm. Gib ihm. Oder er gibt mir. Gehen wir es sich aussuchen. Gehen wir es sich definitiv aussuchen. Okay. Ja, jetzt weiß ich schon. Oh, okay. Na, da war ich. Wieso? Achso. Ich guck mal ganz. Wieso macht er das schon wieder? Ich steppe auf der vierte. Zum Ausweichen, ich so gesagt. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, den Haverer. Ja, man. Ja, man. Ja, hoppala. Ist auch ein reingefallen, der Viehdrottler. Kann zwar fliegen, aber was kann ich dafür? Hier, wenn er so deppet ist. Auch nicht schlecht. Also, ich würde mal sagen, endlich hat sich mein Karma ausgezahlt. Endlich, Leute. Wisst ihr, wieso? Bin, glaube ich, gefühlt 20 Mal weg von dem scheiß Wasser ähnlicher zu meinem Gegner erwischt. An Storken. An Storken-Gegner. Geil. Richtig, richtig geil. Richtig geil. Jetzt muss ich ein bisschen wieder was trinken, sorry. Ein bisschen jetzt mehr Durst. Da noch. Aber geil, man hat ja gemacht. Geil. Das ist wirklich... Also, Hedemauer, echt der Tag kommt. Der war jetzt richtig geil. Den haben wir jetzt gefickt. Den haben wir jetzt echt gefickt. Top. Taukbar. Taukbar gerade total. Was mich aber auch interessieren würde... Ah, Landkarte. Also, ich kann eh immer wieder zurückreisen. Na, Bombe, Leute. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn ich eh immer wieder zurückreisen kann, etc. Dann ist das super. Zeig mal her, was haben wir da wieder alles gekriegt. Na, Kampf. Ja, safe. Safe. Auf alle Fälle. Weil gerade die, die sind wirklich Arschlöcher. Die sind wirklich Arschlöcher. Beineinander. Also, dementsprechend. Besser ist. Dann zeig mal her, was haben wir wieder schönes. Eine Locke. Oh, wieder Fähigkeiten. Ja, Mann. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020